Ideal gelegen präsentiert sich das Apartmenthaus Bada in Leutasch. Der Betrieb befindet sich direkt an den Läupen und Wanderwegen im schönen Leutasch-Tall und ist deshalb bei Langläufern, Wanderern und Mountainbikern sehr beliebt. Hier erwarten Sie familienfreundliche Wohnungen in verschiedenen Größen, die neben Balkon oder Terrasse mit Annehmlichkeiten wie SatTV und WLAN ausgestattet sind. Neben diversen Dienstleistungen wie Frühstücks, Brötchen und Einkaufsservice verwöhnt man sie auch mehrmals wöchentlich mit Tiroler Schmankerln. Eine urige Blockhütte, die finnische Sauna sowie ein Garten mit Sonnenwiegen laden zum Entspannen ein, während sich die Kinder am Spielplatz vergnügen. Abseits des Hauses locken Swarovski die König-Ludwig-Schlösser und die Stadt Innsbruck als nahe Ausflugsziele. Übrigens, unweit des Apartmenthauses Bada liegt der Ostbacher Stern, in dessen Ferienwohnungen Sie ebenso herzlich willkommen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017